Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir gerne meine drei Lieblingsöle, meine drei Survivalöle für den Urlaub vorstellen. Die fehlen bei mir in keinem Urlaub und machen den Urlaub glücklich und safe. Ich habe einmal Pfefferminzöl, einmal Lavendelöl und einmal Thieves, immer mit auf Reisen dabei. Pfefferminz ist super für ein Flugzeug. Viele kriegen ja Flugangst oder werden müde oder der Kreislauf spielt vielleicht ein bisschen verrückt. Da ist es immer gut, man hat sein Pfefferminzöl dabei. Sobald du das Gefühl hast, dein Kreislauf wird ein bisschen instabil, dir wird schwindelig, kannst es flächlichen nehmen, aufdrehen, dran riechen und dann geht es dir sofort wieder besser. Genauso, wenn du müde bist, nimmst dir einfach einen Tropfen Pfefferminzöl auf die Hand, aktivierst es und verreibst dir es im Nacken, auf den Schläfen. Oft sitzt man ja recht eng im Flieger, sitzt ein paar Stunden und ist dann ziemlich geschafft und fertig. Und da erfrischt Pfefferminz einfach total, macht dich wieder frisch und fit für den Urlaub, fit für dein Ankunftsland. Außerdem kommst du ja meist vom Kalten ins Warme. Und wenn du dann irgendwo in der Wärme gelandet bist und der ist zu heiß, dann ist Pfefferminz super geeignet, um dich wieder runterzukühlen. Du trägst dir wieder einen Tropfen auf, verreibst es und kannst dich wunderbar erfrischen und runterkühlen, indem du dir es im Nacken verstreichst, auf die Brust und es hat einen angenehmen kühlenden Effekt. Ja, oft ist es ja so, dass die Haut auch noch nicht so an die Sonne gewöhnt ist und dann holt man sich ganz gern mal in den ersten Tagen schnellen Sonnenbrand. Das ist dann total unangenehm, die Haut ist gerötet, du hast total das Spannungsgefühl, alles brennt, wird heiß. Und da kommt mein zweites Öl ins Spiel, Lavendel. Lavendel ist ein ganz tolles Hautöl und beruhigt die Haut super nach dem Sonnenbad. Du kannst es einfach wieder nehmen, dir einen Tropfen auftragen, aktivierst das und dann verteilst es einfach auf der spannenden Haut. Oft ist es ja Gesicht, die Nase, die man sich gerne verbrennt, die Ohren, alle Stellen, wo du ein Spannungsgefühl hast, wo die Haut gerötet ist. Das kannst du mehrmals täglich auftragen, am besten auch abends vorm Schlafen gehen und dann machst du morgens auf und das Spannungsgefühl ist weg, die Rötung ist weg. Die Haut, die bekommt genug Feuchtigkeit, weil die ist ja dann total ausgetrocknet auch nach so einem Sonnenbad oder auch durch die Meerluft und Lavendel schenkt der Haut wieder ganz viel Feuchtigkeit. Mein drittes Öl ist Thieves und Thieves macht dich safe für die Reise, safe für den Urlaub, safe für dein Hotelzimmer. Es verschafft einfach ein angenehmes Gefühl, so als würdest du dich wieder zu Hause fühlen und du kannst dein Hotelzimmer, deine Toilette einfach damit besprühen, ein bisschen einreiben, dein Bett und du hast einfach ein viel besseres Gefühl, ein Wohlfühlgefühl und nicht so die Fremde und das Ungewisse, was da schon alles in dem bleiben und auch auf der Toilette. Deswegen habe ich immer Thieves mit auf Reisen dabei und ich nehme dich gleich mal mit in mein Hotelzimmer und zeig dir mal, was ich dann damit so alles mache. Thieves kannst du einfach benutzen, wenn du frisch im Hotel gelandet bist und du möchtest dich einfach wohlfühlen im Bett, im Sanitärbereich. Dann nehme ich mir immer Thieves und einfach ein Stückchen Klopapier. Ich mache da so zwei, drei Tropfen drauf. Man kann es feucht machen oder trocken und dann reibe ich hier einfach die Toilettenbrille ab. Es duftet total lecker und schafft einfach so eine Wohlfühlatmosphäre und ja, ich habe jetzt einfach ein gutes Gefühl, dann die Toilette zu benutzen. Alternativ gibt es auch das Thieves Spray. Einfach total praktisch, so ein ganz kleines Flächlichen, super geeignet für unterwegs und auch auf Reisen. Und du hast es immer zur Hand und kannst einfach hier sprühen und ja, fühlst dich einfach safe und wohl und das ist total easy und passt überall gut rein. Du kannst es dir aber auch ganz einfach selbst machen, indem du so ein kleines Flächlichen nimmst, Wasser reinfüllst, ein paar Tropfen Thieves rein und schon hast du da eine eigene kleine Sprühflasche für unterwegs, die du immer mitnehmen kannst. Genauso das Hotelzimmer. Um mich hier richtig wohlzufühlen, nehme ich auch mein Thieves und mache einfach hier so zwei, drei Tropfen auf mein Bett. Das schafft einfach eine viel bessere Wohlfühlatmosphäre. Alternativ kannst du natürlich auch dein selbstgemachtes oder das Thieves Spray benutzen und dann mache ich hier einfach noch mein Bett so ein bisschen und es duftet dann lecker und ja, ich fühle mich einfach irgendwie wohl und es ist dann fast wie zu Hause. Ja, das war ein kurzer Einblick in meine drei Survival-Öle. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, abonnier doch einfach meinen Kanal. Wenn du gerne mal die Öle riechen möchtest, dann schicke ich dir duftende Post. Ansonsten würde ich mich freuen. Du bist beim nächsten Video mit dabei. Bis dann. Ciao. Ciao.